... die richtige Einstimmung. Oh mein Gott! Ja! 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 Ich hab' in die Tür eingetreten, da ist er gestaun, da ist er in die Kustur. Jetzt aber! Du hast doch Platz, es ist doch Mensch! Die Saison vollkriegen, aber mit Videos, da sind wir noch bei. Zumindest die Pflichtspiele. Die Ladestation, die ich habe, ist auch nur so ein China-Nachbau. Jetzt aber, jetzt! Kommt an! Kommt an! Kommt an! Kommt an! Wir stehen auf dem! Kommt an! Kommt an! Kommt noch? Kommt für die Kemptore? Das ist für die Vokaler-Wattweg, was schießt denn der da drauf? Das letzte Mal aber alles ist gut! Ja, aber wenn die vorne alle zum Eis getreift, muss er halt selber irgendwann ein. Das ist natürlich ein Torwart, die nicht rechtes als er ist. Das ist doch ein Torwart. Und jetzt, jetzt, mal zu was! Hey! Ihr wollt ja mal die Spiele durchlösen, nicht? Ja, das geht ja so lange nicht. Ja, kein Massen! Hint die Boots, geh doch mal zurück auf! Steig, 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 steig! Ja! Siehst doch mal, siehst du auf! Hier ist er drauf! Und, jetzt! Jetzt ruft er! Oh! 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 Ach, da war hier! Das 0-0 halten war eine Aufgabe, weißt du! Und locker ausklingen lassen! Das ist ein Lohn gespielt, du hast dich voll! Komm! Da bringt er den Schausballer hoch! Ah ja! Oh! 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 Vielen Dank.